Ich habe den Brief geschrieben, also in dem Brief war, dass ich dankbar bin, dass er alles für mich macht und dass ich dank einem Fussballspielen lernen konnte und dass mit mir, wenn ich frage, ob man Fussballspielen oder Tennis spielen konnte oder Skifahren, oder sogar nicht immer ja, weil er macht ein Biss, der Papa ist. Mein Papa, wie den Gamer, hat er zuerst mal geschaut, was es ist und dann hat er sich total gefreut, dass er ihm das gegeben hat.